hau keine Ahnung was der bringt hier aber ok miau ok so weiter geht's hier rechts waren wir ach so ach ja zwei Dinger sind noch leer wuk 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 ja panna das sammeln wir mal den ganzen scheiß hier nein zum strand wir haben die doppelte wir haben extrem viele gegner jetzt naja so stirbt la 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 was wird das hier cool nicht jetzt doch hier kann man glaube ich ein äh auto nee das ist cool bau 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 los bau schneller ich will das ding haben oh god ok das ist eigentlich ein fahrzeug oder irgendwie so ein flugzeug gedöhnt joda kannst du damit was machen nein oder muss das ach ah ok und jetzt ja supergeil aber erstmal will ich hier hoch so quiets 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 und quiets quiets oh das ist eine riesengroße äh karotte so hieß das genau und davon brauchen wir drei stück das ist auch keine da ist das vielleicht eine nein auch nicht ich dachte das wär sie nein dann ist es bestimmt die da hinten so auch nicht was zur hölle äh es kann doch nicht sein gut dann steigen wir wieder in unser fahrzeug ein weil damit bin ich glaube ich etwas schneller oder auch nicht mhm also tobacco läuft aber das heißt ja nichts hier ne ey boah wie das ding zurückgestoßen wird hier bam tot bam tot bam ey bist du doof ach gehen wir mal zu Fuß weg uah so was willst du so ja das ist die zweite karotte so ich weiß gar nicht habe ich gerade eigentlich kommentiert ich bin da total durcheinander ich bin grad irgendwie voll abgelenkt so so hier hinten ist bestimmt noch eine Karotte oh da ist sie sogar schon und da oben ist der ding oh da leuchtet es aber extrem okay okay ah oh gott wir aber die britsch bauen britsch bilder klasse spiel nein nicht wirklich wow 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 haha wir haben hier wieder getötet ey 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 boah alter da kommt die klaue hier 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 na komm na komm na komm ach arschloch mann so lalalala jura 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 Hilfe er kann nämlich abwehren das ist besser als ach ich muss fliehen und fliehen und fliehen und fliehen und fliehen doppelströmung ja auch und wo er gilt für rau und befehl Ah, ich bin fast tot. Aber ich bin fein. So, ihr sollt alle sterben. In der Hölle schmoren und ihr seid eh nur Maschinen, deswegen könnt ihr nicht sterben. Das ist schade. So. So. So, machen wir hier mal ein bisschen was sammeln. Kohlen und so. Oh, da oben ist ja noch ein bisschen was. Lala. So viel Geld. Ja. Der X-Wing. Nein, er geht wieder unter. Nein. Das kann ich damit machen. Hallo? Kackpratze. Also noch mal hoch. Ey, noch mal hoch. Lalalala, lalalala, lalalala. Mist. Das war alles umsonst. Da muss man groß hochspringen können. Oh Gott. Okay, dann mal hier wieder das ganze Gemüse aus dem Boden greifen. Oh. Was wird das denn? Ah ja, interessant. Naja. Mal schauen, was es wird. Und mein Gott, du sollst das Gemüse ernten. Gemüse ernten. So. Sieht aus wie eine Brücke. Nö, ein Floß. Hey. Yeah. Okay. Dann warten wir ein bisschen. Und schauen, was es bringt. Bei sowas bauen die normalerweise nicht einfach so umsonst ein. Okay, sie haben es umsonst eingebaut. Das ist ja ganz toll. Ich hasse euch, Spieleentwickler. Da kommt nicht mal Geld raus. Was soll denn der Scheiß? Hier kommt doch Geld raus. Jawohl. Äh. Nein. Komm ich hier unten irgendwo lang? Auch nicht. Gut. Ich weiß aber, wo ich lang muss. Also, das ist ja nicht das Thema. Kann ich das? Ja, das kann ich einfach machen. Ja, ich brauche das Geld. Also. Ähm. Auch wenn ich das Geld nicht brauche. Obwohl doch. Dann würde ich, glaube ich, das lassen. Aber. Ist hier oben noch was? Nope. Okay.